In diesem Tutorial zeige ich dir den sogenannten Halbmastwurf. Dieser Knoten wird unter anderem zur dynamischen Sicherung des Kletternden genutzt. Mit dem Knoten kann man also sowohl Seil einholen als auch Seil ausgeben. Der Knoten zeigt dabei zwei verschiedene Knotenbilder. So sieht der Knoten aus, wenn du damit Seil ausgibst. Und so, wenn du Seil einholst. Bevor ich dir nun aber erkläre, wie der Knoten gemacht wird, möchte ich dir noch ein paar wichtige Hinweise zum Thema Karabiner geben. Für den Halbmastwurf brauchst du einen sogenannten HMS-Karabiner, also einen Halbmastwurf-Sicherungskarabiner. Es gibt inzwischen sehr viele verschiedene HMS-Karabiner auf dem Markt. Sie unterscheiden sich nach der Größe und Form und nach dem Verschlussmechanismus. Und natürlich auch preislich. Da ich nicht alle Karabinertypen vorstellen kann, habe ich hier vier Karabiner ausgewählt, die ich persönlich gut finde. Wenn du für dich selbst einen Karabiner kaufen möchtest, probiere ihn unbedingt vorher im Laden aus. Er sollte zu deiner Handgröße passen und sich leicht von dir bedienen lassen. Um die Karabinerwahl zu erleichtern, gibt es vom DRV eine Karabinerliste. Diese Liste zeigt zum entsprechenden Karabiner die jeweilige Sicherheitsstufe und den empfohlenen Anwendungsbereich. Die drei Karabiner hier links im Bild haben eine sogenannte Gurtfixierung. Damit wird verhindert, dass sich der Karabiner im Gurt dreht. Besonders für die Verwendung mit dem Halbmastwurf sind diese Karabiner sehr sinnvoll. Der Bohrlock hier rechts ist ein selbstverschließender Karabiner. Zum Öffnen musst du den grünen Ball reindrücken und den Verschluss drehen. Wenn du den Verschluss loslässt, verriegelt sich der Karabiner automatisch. Ähnlich funktioniert der Magnetron. Zum Öffnen drückst du die beiden magnetischen Riegel auf. Wenn du sie loslässt, verriegelt sich der Karabiner selbstständig. Der Strike ist ein klassischer Schraubkarabiner. Er hat eine Gurtfixierung, die nicht mit der Verschlusshülse verbunden ist, was ihn sehr bedienfreundlich macht. Der Belaymaster ist zwar auch nur ein Schraubkarabiner, zählt aber zu den Safe-Lock-Karabinern, weil seine Plastikhülse nur verschlossen werden kann, wenn er zugeschraubt ist. Der DRV empfiehlt für die Verwendung mit dem Halbmastwurf Safe-Lock-Karabiner. Die DRV-Karabiner-Liste verlinke ich dir unter diesem Video. Zum Zeigen des Knotens verwende ich den Strike. Beim Strike hängst du gleich auch die Gurtfixierung in deine Anseilschlaufe ein. Achte darauf, dass der Karabiner-Verschluss auf der linken Seite ist, wenn du Rechtshänder bist und rechts, wenn du Linkshänder bist. Dann legst du mit deinem Seil eine Schlaufe, so dass das Seilende oben aufliegt. Nun legst du eine zweite Schlaufe auf genau die gleiche Art. Dein Seilende liegt also wieder oben auf. Du erhältst zwei Mickey-Maus-Ohren, die du nun aufeinander klappst. Noch einmal langsam. Diese beiden Mickey-Maus-Ohren legst du nun in deinen Karabiner ein und schraubst diesen zu. Zur Kontrolle prüfst du, ob der Knoten umspringt und in beide Richtungen Seil durchlaufen kann. Funktioniert dies nicht, ist der Knoten falsch. Wenn dies funktioniert, kommt noch ein Knoten ins Seilende, damit dir dein Ende nicht durch den Karabiner rutschen kann. Wenn du noch erfahren möchtest, wie man mit dem Halbmastwurf sichert, verlinke ich dir ein DRV-Lehrvideo zu diesem Thema. Denk immer an den Partner-Check vor jedem Start und daran, dass immer eine Hand am Bremsseil sein muss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017